Eine Wellenfront ist eine optische Beschreibung, ist eine Beschreibung der optischen Irregularitäten, die sich entweder nur auf der reinen Hornhaut oder im gesamten Auge ausdrücken kann. Eine Wellenfrontbehandlung ist eine Behandlung, wo diese Irregularitäten korrigiert werden. Wir unterscheiden zwei Arten von Wellenfrontbehandlungen. Die sogenannte wellenfrontoptimierte Behandlung, bei denen vor allem die sogenannten sphärischen Aberrationen korrigiert werden oder werden nicht induziert. Das sind C-Fehler, die zu einer erhöhten Lichtempfindlichkeit führen. Und der zweite Punkt sind die sogenannten wellenfrontgeführten Behandlungen. Dabei werden alle Daten aus ihrem Auge aufgenommen und in den Laser eingeführt und das wird genau korrigiert. Diese Art der Behandlung verwendet man meistens bei den Reparaturen bzw. bei sehr komplexen C-Fehlern. Ansonsten standardmäßig verwendet man die wellenfrontoptimierte Behandlung.